Herzlich Willkommen im Kundenberatungscenter Ihrer Volksbank Pforzheim. Regional, persönlich und digital. Hey, ihr seid stark. Nichts hält uns auf. Wir gehen gemeinsame Wege, eure Wünsche lernen, leben mit uns. Ein neuer Tag, ein neues Ziel. Wir gehen gemeinsame Wege, eure Träume lernen, Leben steht auf. Jetzt sind neue Zeiten, nichts hält uns auf. Wir sind dasselbe Team, im starken Zuhause. Wir gehen neue Wege, in der Region. Im Rücken weht der Wind und schiebt uns nach vorn. Hey, ihr seid stark. Nichts hält uns auf. Wir gehen gemeinsame Wege, eure Wünsche lernen, Leben steht auf. Ein neuer Tag, ein neues Ziel. Wir gehen gemeinsame Wege, eure Träume lernen, Leben steht auf. In digitalen Zeiten hält uns nichts auf. Wir sind demselben Boot und der Fluss nimmt seinen Lauf. Es wehen neue Winde, dass wir bleiben zusammen. Ihr zeigt uns, wie man fliegt, gemeinsames Ziel. Hey, ihr seid stark. Nichts hält uns auf. Wir gehen gemeinsame Wege, eure Wünsche lernen, Leben mit uns. Ein neuer Tag, ein neues Ziel. Wir gehen gemeinsame Wege, eure Träume lernen, Leben steht auf. Sie haben eine Frage, einen Service oder Beratungswunsch? Das Kundenberatungscenter der Volksbank Pforzheim ist Ihr erster Ansprechpartner für alle Wünsche. Wir informieren, unterstützen, erledigen und beraten. Unser Team im Volksbankhaus freut sich immer über Ihren Anruf und ist persönlich für Sie da. Ich mach mich die Wünsche. Ich mach mich das, was wir sehen. Juhal, das war wirklich nicht.